Die Bibel ist die Grundlage meines Glaubens an Jesus Christus. Wenn nur eine Geschichte oder ein Psalm oder ein Gebot aus der Bibel dir hilft, besser zu leben, mehr Hoffnung zu haben, tiefer zu glauben oder mehr Lebensmut zu bekommen, dann ist die Bibel aktuell, nämlich in deinem Leben. Ich bin der Böse, der Gegenspieler zu Luther. Ich habe Jesus zum Tode verurteilt. Ich war der römische Stadthalter und durfte Menschen zum Tode verurteilen. Damals, vor 2000 Jahren in Jerusalem. Nun hat mich eine Zeitmaschine mit all den anderen Frauen in die Zeit von Luther und eure Zeit weitergewehen. Aber das ganz Böse bleibe ich nicht. Ihr werdet schon noch sehen. Der christliche Glaube hat wirklich was. Ehrlich gesagt, ich wäre gern Christ. Aber als Römer durfte ich zu meiner Zeit noch kein bekennender Christ sein. Nur heimlich. Hey! Hey, lass den Bibel hier! Hey, was machst du denn? Lass dir den Bibel! Luther! Luther, wo bist du? Luther! Als Martin Luther ein junger Mensch war, da konnte er die Bibel nicht in seiner Muttersprache Deutsch lesen. So wie alle anderen Leute auch nicht. Damals gab es die Bibel nämlich noch nicht auf Deutsch. Ganz schöner Skandal war das. Aber das wollte die damalige Kirche so. Die Menschen sollten nämlich nicht in der Bibel in ihrer Sprache nachlesen können. So konnten sie auch nicht lesen, dass Gott barmherzig ist und das Wohl aller Menschen will. Und sie konnten auch nicht lesen, dass Gott Recht und nicht Unrecht oder Unterdrückung will. Also ich bin der, der die Bibel ins Deutsche übersetzt hat und die evangelische Kirche gegründet hat. Ich hatte den Mut, gegen den Kaiser und den Papst aufzubegehren. Woher ich den nahm, weiß ich nicht zurecht. Nur eins weiß ich gewiss, dass Gott mir geholfen hat. Kennt ihr alle meinen Spruch? Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Luther, Luther, wo bist du? Luther, der Pilatus hat die Bibel geklaut. Luther, komm schnell, du musst mir helfen. Luther, Luther, du musst dir helfen. Ich bin Maria, die Mutter von Jesus. Da muss ich ja eigentlich nicht viel zu mir sagen. Nur eines, ich war auch mal Nichtmutter und eine Jugendliche. Wobei es zu meiner Zeit keine richtige Jugend gab. Mädchen haben früh geheiratet. Ich spiele aber jetzt die unverheiratete Maria, die Jesus noch nicht geboren hat. Hallo, ich bin Miriam. Miriam war eine mutige Frau. Sie lebte vor mehreren tausend Jahren in Ägypten. Sie gehörte zum Volk Israel, das in Ägypten als Sklaven unterdrückt wurde. Miriam war die Schwester von Mose. Sie beobachtete, wie die Pharaon-Tochter den Mose in einem Schilfkörbchen auf dem Niel fand. Gott befreite die Israeliten aus der Sklaverei. Miriam, ihre Brüder Mose und Aaron führten das Volk in die Befreiung. Miriam war auch Prophetin. Das ist eine Gottesbotin. Von ihr ist ein Freudenlied überlieferte. Sie tanzte einen Freundentanz, als die Ägypter ins Meer gestürzt wurden. Hallo, ich bin nicht aus der Bibel, sondern aus der Kirchengeschichte. Ich lebte vor 500 Jahren und war mal Nonne. Dann kam die Reformation. Ich wollte nicht mehr länger Nonne sein. Das war ein hartes Leben für mich. Ich haute aus dem Kloster ab. Und ich traf Martin Luther, der mir halb. Wir haben dann geheiratet. Wir hatten viele Kinder. Ich führte zu Hause und hoch und war eine erfolgreiche Heeresfrau. Denn Luther hat immer viele Leute mitgebracht. Das Geld habe ich zusammengehalten. Ich gelte als die erste Pfarrfrau. Schon mal was von Lydia gehört. Sie lebte um 50 nach Christus im heutigen Griechenland, also in Europa. Sie war eine erfolgreiche Stofffarbenhändlerin. Sie handelte mit Purpur. Das war früher ein ganz wertvoller Farbstoff. Aus einer Schnecke, die Farbe Rot. Lydia hatte Angestellte und Familie. Sie wurde Christin, weil sie dem Apostel Paulus glaubte, was er über Gott und Jesus Christus erzählte. Sie war überhaupt die erste Christin Europas. Sie hatte die erste christliche Gemeinde, der mit Geld unterstützt. Hallo, ich bin Esther. Ich bin eine persische Königin und Jüdin. Ich bin mit dem König Ahasferos verheiratet. Mein jüdisches Volk ist in Gefahr. Aber ich verheimliche dem König, dass ich Jüdin bin. Denn ich habe Angst. Mein Volk ist bedroht von Mord nach Hai. Er ist ein Minister und will die Jüdin umbringen. Ich bin ich sie zurück. Ich bin ein증rar. Das hälfte Gebot. Man darf die Bibel der Gustav-Werner-Kirche nicht stehen. Da habe ich aber was falsch gemacht. Die Bibel ist das heilige Buch der Christen und damit eines der wertvollsten Bücher der Menschheitsgeschichte. Und wenn Menschen die Bibel gestohlen wird, wenn sie geklaut wird, dann muss man sie unbedingt wiederfinden, zurückholen. Denn ohne Bibel erfahren wir nichts vom Glauben, nichts von Gott und nicht davon, wie wir gut leben können. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020